Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart. Ich habe heute frei, so wie immer halt, und ich werde jetzt am Pool gehen, werde nachher ein bisschen live kommen bei TikTok und schauen wir mal, was heute so alles passiert. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt schön angefangen. Das Wetter ist grandios. Ich hatte ein tolles Wochenende. Heute Freitagabend war ich bei DJ Robin, der hat eine richtig tolle Show gemacht. Samstag war mein Café Kölsch in Schweinfurt mit DJ Ernie, der hat eine mega tolle Mallorca Party gemacht. Naja, und so ging mein Wochenende vorbei. Gestern Abend war mein Schweinfurt noch was essen, das war nicht so lecker. Da habe ich Pommes gehabt. Ich hatte gestern den ganzen Abend noch Magenschmerzen gehabt. Da werde ich nie mehr essen gehen, wo ich gestern Abend war. Deswegen habe ich auch nichts gepostet. So, hier zeige ich euch nochmal kurz meinen Garten. Der Pool wird jetzt aufgeschoben, meine Love Lounge wird besteckt. Und ich zeige euch nochmal meine schönen Bananen, die sind richtig toll waren. Schaut mal. Ein richtiger Traum, ich bin so richtig happy. Also, eine schöne Woche.